ok google wie wird das wetter morgen funktioniert einen wunderschönen guten tag und zwar heute gibt es mal ein kleines unboxing video zu dem hier was ist da drinne könnt ihr anhand der video schon erkennen hier ist die google pixel watch die wurde mir gerade von dhl geliefert da sind wir bei o2gold weil auch da ein vertrag läuft vielen dank dafür mega guter anbieter finde ich super da habe ich auch mein fix watch google pixel 7 her bin ich mega gutes handy gibt es auch noch langzeit review zu da habt ihr gerade meine frau gesehen immer packen aber erstmal hier jetzt die google pixel 7 aus ich habe hier jetzt gerade noch die fossile gen 5 kalüle haben aber jetzt erst mal hier aus guck mal ich habe ich eigentlich gar nicht so dicke finger doch ein bisschen mehr aufzureißen als sonst die die seite und dieser ding einfach hier muss ich komplett abreißen steht und habe mich mal die vertragsdaten rausgeholt weil die gehen euch ja nichts an naja man hätte ja schon ein bisschen also was finde ich immer total schlimm ne riesen pakete und dann so ein kleines ding nur das finde ich immer total schlimm egal gucken wir uns jetzt mal die uhr an aber ein streifen den hätte ich ja aufreißen können wäre für mich dann viel viel einfacher gewesen ja aufzumachen so ich habe kein messer hier ach das finde ich auch bei den pixel 7 gesehen ich weiß nicht was mittlerweile andere händler haben das finde ich dieses aufmachen hier schon bei meinem white boostit habe ich das auch gehabt einfach hier so komplett einfach aufreißen und man muss es nicht mehr mit schere machen oder sonstwas ich bin total geil da ist er schön ne schönes ding hier haben wir unten noch brauchen wir nicht sonst noch drinne klopapier jede menge klopapier brauchen wir auch nicht hier so ja dieser quick start guide brauche ich auch nicht ich bin erfahren in solchen sachen aber hier noch drinne hier haben wir das ladekabel drinne dann haben wir hier ein anderes band je nachdem welche ahnen länge man wahrscheinlich hat schade finde ich halt immer ein bisschen es ist ein ganz eigener fokussier mal ich muss noch ich finde es gerade nicht fokussiert das ein ganz eigener anschluss ist ich finde es gerade ein bisschen schade dass er nicht fokussiert genau das fokussiert dass er ein ganz eigener anschluss ist weil hier bei meiner polyle bei meiner fossil habe ich einen universellen anschluss 23 mm oder 22 mm da kann ich halt jedes armband der welt dran nehmen welches will ist es standard anschluss hier unten ist total praktisch kann man jedes armband nehmen google hat sich entschieden einen eigenen anschluss zu nehmen wie apple auch finde ich ein bisschen schade ehrlich gesagt gucken wir uns jetzt mal das ladegerät an wir müssen erst die uhr davon unternehmen ich finde diese bänder hier total klasse muss man unbedingt dann ein neues holen das ist einfach hier nur plastik wie krieg ich jetzt das ladegerät aus ohne irgendwas kaputt zu machen hier haben wir das schöne ladegerät ok das geklebt hier an der stelle ist es geklebt da ich dachte ich hinter dir fest nein es klebt einfach nur fest und hier haben wir das schöne ladegerät wenn ich es rauskriegen würde warum müssen die mittlerweile so bombenfest drin sitzen es ist schlimm was schon auffällt usb c anschluss und auch jetzt ok was ich ganz geil finde auf dem ladegerät wo ist die kamera da ist die kamera man sieht hier doch kleine google symbol drauf hier wird die uhr wahrscheinlich drauf gelegt kein guter magnet also ein bisschen wackeln und es fällt runter also nicht wirklich gut gewicht her ist ok deutlich schwerer als mein vorheriges ladegerät mein vorheriges ladegerät von der fossil das ist gefühlt nix das wiegt von ja nix hier aber schon echt ein ordentliches gewicht gegensatz dazu ne also da merkt man schon echt den unterschied negativ finde ich halt ja es ist ein usb c anschluss ich bin ganz ehrlich ich habe jetzt nicht so noch nicht so viele ladegeräte wo ich den usb c rein anschließen kann deswegen finde ich das muss ich mir da auf jeden fall noch bestellen ich habe bis jetzt zwei ladegeräte wo ich usb c anschließen kann mehr habe ich noch nicht alles andere ist usb c also dieser klassische usb anschluss den jeder kennt schade 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 da muss ich echt dann hier was einfallen lassen oder was bestellen so kommen wir mal zur uhr was haben wir an der uhr vorne erstmal schlichtes schwarz ich habe sie mir in schwarz schlichtem schwarz auf der seite haben wir diesen drehregler kannst du auch drehen drücken geht auch ich weiß nicht wie gut man es hört ich mal drücke der kommt nicht auf dem mikrofon an ok dann haben wir noch einen kleinen button oben unterhalb haben wir nix also nur zwei buttons einmal da den button mehr haben wir nicht hier ist wahrscheinlich für ein mikrofon auf der andere seite haben wir den lautsprecher noch ein mikrofon wohl hinten drauf haben wir den pulssensor der soll auch mit einem späteren update sauerstoff machen können der die uhr hat auch wie die apple watch ein ekg messgerät ich denke mal finger drauf halten wie beim wie bei der apple watch und dann wird gemessen bin ich mal echt gespannt drauf und jetzt muss ich mal kurz gucken wie würde man denn das hier abkriegen ich habe keine ahnung wie man die abkriegt guck mal ziehen wir mal an ob das schon ein gutes band für mich ist man weiß es ja nicht sieht auf jeden fall bei mir licht aus gefällt mir gefällt mir sehr sehr gut nur das band ist auf jeden fall ist zu eng gerade auf jeden fall schon ich muss immer die stufe kleiner machen wenn das band nämlich hier rein geschoben wird ich zeige es ganz kurz so geht es so ist okay also weil ich das band hier durchschiebe in diese schlaufe rein kommt hier diese dicke und band noch hinzu und dadurch wird dann zu eng also eine stufe kleiner stellen so ist okay stört nicht jetzt gut nicht zu schwer so jetzt geht es ans einrichten noch mal was hinkriegen ich weiß es gerade nicht wie der power button ist da geht es an so gehen wir mal hin schön dass bei meiner frau auf dem bei meiner frau auf dem pixel 7 wird schon angestellt pixel watch und bei mir wird hier auch pixel watch erkannt zu google play gehen wir hin lagern die entsprechende app runter wo es ja auch nicht dass es eine extra app gibt ich dachte eigentlich das ist wie das ist eigentlich auch die uhr us app brauche ich drehe mal kurz ein mikrofon dass ich eigentlich die uhr us brauche ja die pin bestätigen wir die nutzungsbedingungen akzeptieren wir natürlich benachrichtigung darf uns die uhr auch senden eine smartwatch die uns keine benachrichtigung sendet ist natürlich komplett sinnfrei brauchen wir nicht ist klar und jetzt muss sie sich erst mal verbinden so jetzt haben wir hier stehen willkommen und viel spaß mit deiner google pixel watch bin ich ganz geil ich bin mal gespannt was hat alles am ende drauf sein die smartwatch anlegen machen wir noch nicht welches handgelenk tragen wir die uhr ich gehe mal ein bisschen näher ran damit man es sieht so ungefähr ich bin linksträger also links wo ist die krone auf der rechten seite sonst wäre die uhr nämlich verkehrt rum dann wäre ja so rum auch dumm deswegen rechts passt perfekt lassen wir so weiter so kannst du dann arbeiten oh das ist interessant jetzt gerade das zeigt mir ja schön zeigt mir genau gar nichts an ach ok das ist ein video ok gut zu wissen dann ist hier genau ich weiß gerade nicht wie gut man sehen kann auf kamera an der stelle kann ich reindrücken gucken wir mal es geht ein bisschen schwer also das geht tatsächlich ein bisschen schwerer als ich dachte ist aber auch gut so dass es an sich schwer geht weil sonst würde man gefahr laufen ja sowas zu verlieren jetzt muss ich gerade oh gott kriegt das jetzt wieder rein ok ok wenn man weiß wie es geht dann ist es da relativ sogar einfach muss man dazu sagen aber man muss halt wissen wie es geht es hat mich jetzt gerade gut 1-2 minuten meine sehen gekostet das raus zu finden aber dann weiß man tatsächlich wie es geht weil man darf halt nicht davon ausgehen dass man komplett rein schieben muss sondern man muss darauf achten dass man hier in die nischen reinkommt die ich weiß gar nicht wie man gut sieht und soweit man das kapiert hat und schon ist es drin wenn man weiß wie funktioniert es super aber man muss halt wissen wie so das armband anbringen haben wir gerade schon geschafft man muss genau man muss hier an der stelle wo der knopf ist auch an der stelle oben ein bisschen runter drücken dann funktioniert das und jetzt verlangt sich auch noch die nächste app runterladen und zwar die fitbit app ich finde es ein bisschen schade dass wir sowohl die google pixel watch app brauchen als auch am ende die fitbit app finde ich echt ich finde es halt immer zu viele apps für eine uhr zwei apps finde ich nicht immer ganz gut hätte man direkt über die fitbit app lösen sollen oder direkt über die google pixel watch app sprich mit deiner watch ja das wollen wir auch einrichten ich bin so ein totaler sprachassistent fan smart home ist absolut mein ding ich habe mir wie gesagt ich habe mir hier auch die lte variante geholt ich beim sport nicht immer mein handy mit haben will und deswegen mein headset hier mit der uhr koppeln werde und dann in zukunft nur noch die uhr beim sport tragen werde plus mein bluetooth kopfhörer das reicht voll und ganz mehr brauche ich gar nicht beim sport weil ich habe sonst ein armband oben rechts am oberarm wo das handy drin steckt das muss nicht sein das reicht wenn ich das hier nur dabei habe mehr muss ich nicht haben aber machen wir weiter steht immer noch mal weiter auf smartphone stelle fragen mit hey google auf assistant zugreifen das war nicht geplant dem stimme ich zu das handball bringt die stimme zu erkennen das stimme auch zu meine frau hat auch der google essence reagiert und irgendwie ruckelt gerade hier die videoaufnahme warum hat es gerade geruckelt ich hoffe dass am ende nicht in der aufnahme drin dieses ruckeln ok google wie wird das wetter morgen funktioniert ok google erinnere mich jeden montag daran meine pflanzen zu gießen hat er auch erkannt hey google starte einen anruf was mir jetzt gerade auch gefallen ist bei dem pixel 7 was ja hier gerade aufnimmt da wurde mitten drin gerade die aufnahme einverwendet weil es gesagt wurde das handy wurde zu heiß echt traurig ganz ganz schlimm es ist hier eine 4k 60 fps aufnahme das handy wurde nach 12 minuten ungefähr ich habe jetzt nicht auf die tagart 12 13 14 minuten hat das handy gesagt stop to pace finde ich ein bisschen schade sollte eigentlich bei einem so teuren handy wie da pixel 7 ist sollte es eigentlich nicht nach kurzer Zeit passieren egal das kommt ein langzeittest genauer vor ich konnte es auch mal testen hey google stell den timer auf 5 minuten so der assistent ist jetzt eingerichtet und wir können weiter machen sms senden steht hier kann man lesen sms senden welche termine stehen da an stellen dann auch 5 minuten kann man alles machen ich bin gespannt wie gut whatsapp hier drauf funktioniert weil whatsapp ist tatsächlich so eine sache die ich sehr 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 viel nutze weil damit haben die uhren teilweise echt probleme nämlich ich bin echt gespannt wie die fitbit app funktioniert weil meine frau hatte die fitbit versa 2 sehr 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 lange genutzt und der nachteil an der fitbit versa 2 war ich weiß nicht ob es mittlerweile verwendet wurde Algorithmus für Schrittzählung da hat meine frau am pc die maus bedient und es hat schritte erkannt bei reinem bewegen der maus wurden schritte erkannt das ist ein absolutes no go für mich immer sowas darf echt nicht passieren ich will sitzen und dann soll er keine schritte erkennen fertig das ist ganz ganz wichtig so wir geben ein muster ein mal die uhr rausnehmen damit die nicht stehen das muster seht eingerichtet google wallet wollen wir auch einrichten wir wollen ja auch das nutzen in zukunft smartwatch hinzufügen ach so ich wollte jetzt nämlich hier gerade in meine banking app rein gehen eigentlich bestätigen dass ich die karte haben will aber hier steht extra drauf das habe ich überlesen nach der einrichtung der smartwatch erhalten sie die aufforderung also machen wir später bestätigen warum ich das jetzt erst nach hinein machen kann ist mir gerade ein rätsel was wollen wir auf unserem gerät installieren schauen wir mal was haben wir denn schönes hier so die google kamera brauche ich die hier drauf eigentlich nicht können wir mal gucken können wir gleich mal gucken wie gut das ist google keeps brauche ich weiß ich jetzt noch nicht lass mal drauf ist ok empfohlen für smartwatches soundcloud brauche ich definitiv nicht keinem sagt mir gar nichts easy voice recorder brauchen wir alles nicht brauchen wir nicht also hier unter diesen empfohlenen sehe ich ehrlich gesagt nichts was ich brauche my fitness pro nutze ich nicht ich nutze jazio adidas running sport brauche ich auch nicht dafür habe ich die my fitness health nee my wellness heißt die tschuldigung my health my wellness cardiogramm das gucke ich mir hinter alles später an brauche ich alles nicht e-mail senden wofür kannst du e-mails abonnieren um immer auf dem laufende ja brauche ich nicht ich kriege sowieso schon immer e-mails von google und jetzt muss ich mein fitbitkonto hinzufügen wenn ich wüsste welches noch weiß ich gerade tatsächlich nicht so da sehen wir einen neustart so während die uhr gerade startet noch wegen dem neustart habe ich mich mal eben kurz den fitbit angemeldet habe ich mich mal eben schnell bei der uhr angemeldet äh bei fitbit angemeldet gucken wir mal uns die fitbit app an mal gucken was diese jetzt so hier anders ist vielleicht anders ist im gegensatz zur normalen fitbit app weiß ich jetzt nicht weil da stand ja schon bei google fitbit anmelden mal gucken coole sache dass das hier erneut versuchen achso weil die uhr nicht an war aha jetzt müssen wir mal gucken ob das funktioniert so jetzt hat es klappt der verbindungsprozess zwischen der uhr und der fitbit app hat zwei minuten gedauert ey wahnsinn zwei minuten für diese okay mehr als 20 trainings haben wir drin aktiv zu 100 minuten kontinuierliche herzfrequenz messung da sehen wir es nämlich auch warum soll ich eine extra app runterladen für eine herzfrequenz messung wenn die app schon es kann ist für mich total sinnfrei ekg und schlafaufzeichnung finde ich immer ganz gut fitbit ist bereit für dein product name nice die app weiß noch nicht mal wie die uhr heißt coole sache sehr zuverlässig das ist das schlimme dass tatsächlich premium vorausgesetzt wird um die uhr im vollsten umfang zu nutzen das finde ich hier ein bisschen schlimm aber hier steht auch schon ich weiß nicht wie gut man es lesen kann wenn man da drin liegt die ersten sechs monaten kosten nicht 0 euro ich mache sicherheitshalber weil ich nicht will dass hinterher komplett 80 euro gebucht werden mache ich erstmal das monatsabonummer rein ich teste die uhr ausführlich ich denke mal in einem monat also so ende januar gebe ich ein review zu der uhr dann komplett ab wie sie sich bei mir im alltag geschlagen hat was mir negativ auch gefallen ist was gut aufgefallen ist hier steht auch schon obwohl das kann man ganz gut sehen 8,99 pro monat beginnt am 25.06.2023 wir senden dir 7 tage bevor die testversion abläuft eine erinnerung finde ich gut so kriege ich keine unvorhergesehenen kosten dann abonniert auch mich abonnieren das doch und ein like da lassen ist immer ganz wichtig nein brauchen wir nicht du bist jetzt ein offizielles premium mitglied ordnungsdienst aktivieren standort benachrichtigung zum reparieren was okay hat die app alles will was die app alles will was die app alles will ja okay aber ich will ja auch dps tracking und so nutzen wenn dann will ich so eine uhr komplett nutzen und nicht nur zur hälfte auch wenn ich sie täglich laden muss ist mir dann ehrlich gesagt relativ egal immer weil die uhr muss ich jeden tag laden und auch die apple watch muss ich jeden anderthalben tagen laden deswegen stört mich sowas ehrlich gesagt nicht immer täglich zu laden stört mich nicht mache ich einfach fertig so weiter jetzt sind wir in der fitbit app damit haben wir glaube ich so ziemlich das erreicht was wir auf dem handy erreichen können wir können ganz kurz in die pixel watch app reingucken hier haben wir verschiedene zifferblätter da siehst du das standard zifferblatt hier gerade auch sehen da können wir mal gucken hinzufügen hier haben wir andere zifferblätter es ist immer schwer welches gut ist ich hätte ich liebe zifferblättern die schlicht sind aber die die informationen beinhalten ich habe immer ganz gerne auf den ersten blick wie hoch ist gerade mein puls hier das zb zeigt mir die datatum an wann der nächste termin ist wie viele schritte ich gemacht habe was da drunter heißt das unterhaltsymbol das weiß ich jetzt gerade nicht doch da ist temperatur außentemperatur die wird nur halben fahrenheit dann noch angezeigt 89 grad fahrenheit ich habe auch ganz gerne eigentlich immer manchmal so zifferblätter die mir anzeigen wie viel akku nur auf der uhr ist gibt es hier aber anscheinend keine ich glaube ich lasse aber tatsächlich das standard zifferblatt erstmal drin weil ich ja ganz gut finde das sieht ganz ordentlich aus andere zifferblätter finde ich jetzt hier nicht so schön wir lassen erstmal das standard drin gehen wir mal zurück das standard zifferblatt ist drin sieht jetzt auch nicht schlecht aus wir können es auch noch nachträglich bearbeiten so bold time bold dick können auch die farbe hier so ein bisschen ändern hier so ein orange zwischen nicht so wirklich ne also so kräftiges orange gibt nicht vier sicht ist jetzt nicht so lassen wir auf jeden fall erstmal oh man kann sogar das layout noch so ein bisschen ändern wo man das alles so ein bisschen gerne hätte finde ich cool aber wir lassen das hier drinnen man kann hier sogar die einzelnen slots ändern von diesem zifferblatt ich habe hier tag datum schritte heute dashboard heute dashboard in der mitte ist das fitbit logo gute frage aber können wir mal gucken hier steht noch die kilocalorien was auch für mich momentan sehr interessant ist zum beispiel da ist der akku das ist für mich immer ganz gut zu wissen weil in der anfangsphase wenn ich so eine uhr teste will ich immer wissen wie hoch der akkustand ist ob ich überhaupt über einen tag komme oder zumindest abends laden wenn ich dann abends mich am pc hinsetze wenn ich den ganzen tag unterwegs war ist immer auch ganz gut zu wissen dann wie viel akku ich verbraucht habe und dann kann ich es auch laden dann abends wieder anziehen bevor ich schlafen gehe wegen schlaf aufzeichnen und dann ist sowas immer super das müsste noch nicht ich muss erst gleich auf speichern drücken code time lade sich drinnen kann man immer ein bisschen besser erkennen aber ich will andere farbe also ganz ehrlich dieses vier sieht total schlimm aus machen wir erstmal so ein grün rein finde ich ganz okay sieht ganz gut aus speichern aber jetzt hier drin zack dein neues smart spot dein neues smart spot verwenden ja klar will ich das zuerst die wischbewegung ok wischen nach oben für benachrichtigungen kenn ich schon 17 update angehalten ok ich denke mal hier von der uhr wahrscheinlich über zifferblatt auf benachrichtigungen zugreifen wischen nach unten wir haben die schnelleinstellungen ok wischen nach links du kannst von links zum beispiel über apps und ansichten wechseln als nächste infos über ansichten da sind so die standard wischbewegungen von jeder us-uhr das ist die bedingung kenn ich schon von meiner anderen uhr das werden die beiden schaltflächen brauche ich eigentlich auch nicht ja gut das ist jetzt hier ein bisschen anders die krone eindrücken da kommen wir aufs homescreen zurück oder in die app übersicht in den app drawer rein drücke auf den krone für die apps genau das habe ich jetzt gerade schon gesagt hier alle apps kommen wir gleich durch die krone die letzten apps über der krone zack zuletzt genutzt habe ich die ganzen apps nein ich will keine apps für später du hast es geschafft probier dein neues marschut gleich aus machen wir so das haben wir natürlich wird hier jetzt gerade kein puls angezeigt auch keine schriftanzahl akku haben wir noch 83% wir haben heute den 24.12 pro weihnachten übrigens so und hier haben wir die ganzen apps youtube music ist hier drauf wetterwecker timer termin übersicht telefon suchen irgendwie funktioniert das zum beispiel gut geht über den klingelton los musste ich gerade zentensieren weil sonst habe ich copyright wollen wir nicht hier haben wir telefon dann muss ich gleich noch die lte einrichten messages sieht super alles aus google wallet fitbit das sieht alles super aus ist relativ schlicht oh ich habe es gerade schon gemerkt mit der krone können wir auch drehen auch alles immer schön fühlt sich auf jeden fall so gerade schon mal sehr 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 gut an die uhr gefällt mir wirklich persönlich gut gut der ich muss sagen ich bin hier bei von der uhr bin ich diese großen knöpfe gewohnt da konnte ich besser drücken also da konnte ich das war angenehmer weil diesen kleinen knopf hier zu finden den hier hinten der ist jetzt gerade erstmal noch ungewohnt der ist gerade echt mega ungewohnt nein das finde ich gerade ein bisschen schade okay das ist für mich auch ganz wichtig das wollte ich gerade mal kurz rausgehen mit doppelt drücken hier auf der seitentaste komme ich in meine google wallet app um dann direkt zahlen zu können versteht ja das machen wir jetzt gleich das ist für mich immer ganz wichtig da ich an der kasse stehe zack zack drauf drücken zack bezahlt und fertig kann ich direkt wieder gehen geht super schnell finde ich super gut ich liebe es über uhren zu zahlen es ist super praktisch eins wofür ich mein handyman rausziehen muss ist wegen payback so das war es an der stelle von dem video wir haben uns die uhr angeguckt ich habe jetzt glaube ich genug gequatscht langzeit test kommt jetzt und dann werde ich mal mein ergebnis dazu sagen in knapp einem monat schritte zählen tut er schon nicht gut einen schritt habe ich angeblich schon gemacht wo ich sitze egal das wie gut ihr schritt seht werden wir am ende raus sind ich bedanke mich für das zusehen wir sehen uns in meinen anderen videos bis dahin haut rein und ciao ciao auf